Versteht euch mir irgendwas aufdrücken zu wollen, verstanden? Für alle Frauen, die mehr wollen, als sich Früchte und Blumen unter die Arme zu sprühen, gibt es ein Deo, das noch wirksamer die Entstehung von Geruch verhindert. Das neue Secret, speziell für Frauen. Die Transpiration einer Frau kann anders sein als die eines Mannes. Secret arbeitet daher in Harmonie mit der weiblichen Körperchemie. Anders als viele Deo-Sprays reguliert Secret die Nässe und hilft so, Geruch zu verhindern. Für mehr als Früchte und Blumen. Für die stärkste Art von Deo-Schutz. Secret. Ganz schön stark, ganz schön Frau. Der junge Mensch von heute lässt es an jeglichem Benimm fehlen. Matt und antriebslos verfällt er zunehmend im hemmungslosen Genuss. Und all dies krönt dieser unsägliche Kinder-Maxi-King. Krümelt, kleckert, quillt. Bleibt locker! Knack den Schoko-Nuss-Panzer. Weiß die Softwaffel. Tauch in die Creme aus frischer Vollmilch. Und schlürf den Schuss flüssiges Karamell. Kinder-Maxi-King. Jetzt im Kühlregal. Der King of Snacks. Mmmh. Selbst die modernsten Zahnbürsten kommen nicht zwischen ihre Zähne. Dort, wo Bakterien verstärkt angreifen. Doch Listerine, die antibakterielle Mundspülung, schafft es. Zähneputzen und Listerine. Für gesündere, feste Zähne. Listerine. Geputzt, gespült, gesund. Besser als ein Verdauungsspaziergang. Und nur 0,1% Fett. Und schmeckt. Pro Kult Joghurt extra leicht. Von Müller. Besser als ein Verdauungsspaziergang. Besser als ein Verdauungsspaziergang. Besser als ein Verdauungsspaziergang. Pro Monat. Meine WG. Immer entspannt und hilfsbereit. Und so zuvorkommend. Egal wie stressig die Dinge auch laufen. Der neue Lady Protector Plus macht Rasieren einfacher denn je. Und so sicher. Der neue Lady Protector Plus von Wilkinson. Wie ich diese Farben liebe. Sie sind wie Musik. Harmonisch. Unwiderstehlich. Hoffentlich bleibt mein Kleid auch nach dem Waschen genauso schön. Vertrauen Sie Choral mit verbessertem Anti-Aging-System. Es hilft das Gewebe zu schützen. Er hält die Frische. Baut einen Schutz zwischen den Farben auf. Und hält sie so länger schön. Damit sie an ihrem Lieblingskleid immer wieder so viel Freude haben. Das neue Choral. Für Schönheit, die bleibt. Die Silhouette einer Frau hat viele Kurven. Auch ihre Regel folgt einer Kurve. Daher gibt es für die stärkeren Tage den verbesserten OB. Und für die schwächeren OB Comfort. Eine Kombination für noch mehr Sicherheit. Denn OB versteht die Kurven einer Frau. Oh. Hast du den gesehen? Ist der süß? Hinten wir her. Ich sterbe. Unauffällig. Ah! Vergiss es. Der ist verheiratet. Ah! Strahlend aussehen ist ganz einfach. Man braucht nur das richtige Make-up. Das erste Make-up mit Schimmereffekt. Tint Luminatur. Tint Luminatur. Von Névier-Beauté. Meine Art der Schönheit. Kinder entdecken gern. Aber Vorsicht! Überall lauern Keime und Bakterien. Doch jetzt gibt's den neuen General Antibakteriell mit der hygienischen Kraft der Minze. Manche Reiniger hinterlassen Keime und Bakterien. Der General macht hygienisch sauber. Überall. Ein gutes Gefühl für kleine Entdecker. Neu. Der General Antibakteriell. Der Schmutz geht. Das gute Gefühl bleibt. Alles Müller oder was? Ab nach Mallorca. Sind wir bald in Mallorca? Nur noch 23 Stunden und 24 Minuten. Dann wird erstmal lecker gebechert. Ja! Müllermilch, 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 die schmeckt. Müllermilch, die schmeckt. Den neuen General Antibakteriell gibt's auch als Sprühreiniger für Bad und Küche. Die Innovation von Garnier. Fructis, das aufbauende Pflegeschampoo mit konzentrierten Fruchtwirkstoffen. Für deutlich mehr Kraft und mehr Glanz als je zuvor. Fructis mit der Garantie von Laboratoire Garnier. Mike Krüger zeigt sich von seiner besten Seite. Ich hab sie im Fernsehen gesehen. Das ist doch scheißegal, oder? Voll auf der Kippe. Freitag, 20.15 Uhr bei RTL. Am Freitag in live mit Birgit Schrowange. Volles Risiko. Wenn Menschen sich selbst operieren. Die extremsten Fälle. Außerdem fit für den Sommer. Die besten Tipps, wie auch Sie ihr Fett wegkriegen. Live am Freitag um 10.10 Uhr. Und es gibt wirklich Düfte, die auf Frauen wirken.